Hallo, wir sind The Bitners und dieses Video ist eine kleine Kostprobe unseres aktuellen Musikkabarettprogramms Geld regiert die Welt. Geld allein macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein, so sagt es zumindest der Volksmund. Demnach ist es unser primäres Ziel, dem Zuschauer die unterschiedlichsten Facetten des Geldes näher zu bringen. Dabei kommen die Angewohnheiten einiger sehr interessanter Persönlichkeiten aus nahezu jeder Gesellschaftsschicht zur Sprache. Wir nehmen den Zuschauer mit auf eine musikalische Reise durch die Welt der Finanzen, bei der die Lachmuskeln bis aufs Äußerste strapaziert werden. Bekannte Melodien aus allen Sparten verschmelzen hierbei mit selbstgeschriebenen Texten zu einer Einheit. Das Publikum erlebt erschütternde Tatsachenberichte und herzergreifende Geschichten, wie sie nur das Leben schreibt. Zwischendurch gibt es natürlich auch Wissenswertes aus der Wirtschaft. Es ist ja immer von Vorteil zu wissen, was mit unserem Geld gerade so geschieht. Nicht wahr? Ob nun Pop, Schlager, Blues, Musical oder gar Klassik, wir sind uns sicher, dass jeder Zuschauer seinen Favoriten finden wird. Das Programm Geld regiert die Welt hat eine Spieldauer von zweimal 45 Minuten. Wenn Sie mehr Informationen über uns oder das Programm erfahren möchten, besuchen Sie uns doch einfach im Internet. Wollen Sie persönlich Kontakt mit uns aufnehmen, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail. Oder rufen Sie uns an. Wir würden uns freuen, bald von Ihnen zu hören. Licht aus, spotan, die Show fängt an, das Warten hat. Ein Ende. Der Gong ertönt ein letztes Mal. Gespannt sind alle hier im Saal. Das Handy aus und zu hören, damit ihr nicht die anderen stört. Die Name brennt, die Name brennt und ganz heiß. Wir lieben euch nun den Beweis. Willkommen bei deinem Beweis. Willkommen bei deinem Beweis. Weil jetzt regiert die Welt. Die Freude ist ganz unserer Zeit. Wir sind bereit. Die Freude ist ganz unserer Zeit. 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 Wir sind bereit. Die Freude ist ganz unserer Zeit. Wir sind bereit. Die Freude ist ganz unserer Zeit.